vollkommen richtig liegst du damit wenn wir sagen wir schmeißen die ganze items weg ich mein glas ist eigentlich schon schade aber es geht halt nicht anders ja wir müssen nachher noch mal ein bisschen ein paar betten wahrscheinlich holen paar betten bisschen gras weil das ist jetzt nämlich gleich weg so was auch weg ist wir schmeißen alles weg was irgendwie nicht nied und nagelfest ist und was links hat also sprich wir nehmen das hier hin und wir werden jetzt einmal sowas machen die müssen auch mal genehm und dann müssen wir tatsächlich zack zack und das mal so machen wir haben jetzt ein paar minütchen zeit an die hatte so war nicht klug zack 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 müssen wir noch ein bisschen so machen zack zack wir können sie eigentlich alle auf den haufen schmeißen und können tatsächlich das ganze auch wegschmeißen weil wir haben nachher so viele gläser es macht keinen sinn die nachher wegzuschmeißen also nicht nachher noch zu behalten das macht einfach gleich keinen sinn nach denen weg den weg genau also weil wir keinen platz an ich wollte schon sagen das geht ja nicht die könnten wir eigentlich auch gerade mal einfach hier alle zack 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 weg damit diesen auch noch vollwand worden müssten wir eigentlich theoretisch irgendwelche anderen items mal hier rein schmeißen schmeißen mal scheren hier rein weil scheren haben wir nur einfach das heißt so 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 das heißt hier können wir jetzt tatsächlich so reinschmeißen unterholen jetzt gerade mal ganz kurz unser lavareimer unser lavareimer aus nicht aus der rätselangiste sondern aus der toolbox genau ist er da da so ich hoffe mal das gab jetzt ein paar screenshots wenn jetzt muss man die irgendwann nochmal wiederholen wir wollen auf jeden fall alle items hier wegschmeißen das ist also ich habe ich habe ja gedanken gemacht und es macht halt einfach keinen sinn alles was irgendwie also auch scheren also scheren wir haben so viele scheren wenn wir die jetzt hinschmeißen dann haben wir das eisen das klingt mir gefühlt für zehn minuten also jetzige zehn minuten aber wir kriegen das halt rucki zucki wieder und so uiuiuiuiui ist doch hier hat doch nicht diesen hier wir brauchen es halt nicht das ist halt das ding zack 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 so wir brauchen auch das glas nicht das heißt wir können theoretisch gesehen das rausschmeißen so ich hoffe mal dass wir jetzt gleich nicht eine schalke box zu stellen hier ist noch ein kater so einmal alles raus damit und die auch raus so raus damit so was haben wir hier noch drin leer das ist unsere tools box die können wir auch gerade mal hier zurückschmeißen das ist unsere box mit holz keine ahnung wir könnten die eigentlich mal kurzzeitig hier drauf stellen die auch so die ist leer so hier haben wir jetzt noch ein paar items die können auch wegpacken weg damit wir sonst haben wir viel zu viel so ja zack 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 so jetzt müssen wir nur wieder rauskommen was habe ich jetzt eingesammelt andere blümchen cool so hier haben wir jetzt dann definitiv schon mal alles weg wir können hier gerade mal die noch mitnehmen ja das lassen wir mal so gelten dann gehen wir mal ganz kurz in unser lager rein und ja die haben hier noch was guck mal die kiste kann so wie sie ist das war nicht klug weil das jetzt nicht so viel verteilt hat so perfekt und weg damit so unsere schere ist noch da das ist gut so wir gehen an den stoppen schmeißen der erstmal da rein du bleibst mal ein bisschen da und da gehen wir erstmal in richtung ja das kann auch ein paar beiden lager dann hier wird nicht egal weil sie haben ja nämlich zeug das ist nicht schön das ist alles unnötig hier weil die ganze schere die jetzt hier drin sind können alle weg so weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit so wir nehmen wir ganz kurz unser lava einmal wieder weg zack und wir können wir eigentlich hier die kisten ja kommen auf die kisten können wir tatsächlich mal keinen wert drauf legen so haben wir noch mal können wir können mal kurz hier sowas machen dann können wir nämlich das machen das machen dann können wir die kisten doch mit dem haa ist das nicht gut ist das nicht gut da können wir nämlich jetzt zack 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 stundenweise arbeit vernichten zack 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 guter zack perfekt hier sind jetzt noch die blumen drin und wird sagen diese sachen die können dann tatsächlich auch raus so was haben wir hier noch drin nicht so viel zeug ja gut die werkbänke so ist okay okay ja dies ist auch gut so dann können wir nämlich jetzt definitiv die blumen wieder zurückpacken genau und dann können wir hier die schalker box auch wieder zurück schmeißen wir dürfen theoretisch gesehen doch das müsste jetzt alle gewesen sein wir lassen mal den laver einmal hier weil dann haben wir den auf jeden fall schon mal da so was wird hier gerade rein exportiert auch glas noch ein bisschen glas ja es geht noch so wir könnten hier mal kurz noch mal die abbauen und die noch in unser lager reinschmeißen zack 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 dann haben wir wieder acht stück von denen perfekt die dann da rein dann sind ja auch irgendwann mal ein lager vielleicht haben wir dann er kann man überschuss halt bis jetzt sind ich glaube ich noch nicht noch nicht da so des weiteren kisten können wir eigentlich auch mal hier einschmeißen zeug diese weiteren haben wir noch bis ins stein ja wir haben stein so haben wir genau hier stein diesen blitz eingeschlagen man jetzt schon wieder die frage ist jetzt wir nehmen tatsächlich mal eine schalker box mit stein mit ja obwohl schlafen kann man eigentlich auch so das bett gemacht wird da lassen wir können auch das über weg packt und jetzt ist das weg jetzt blinkest du da vor dich hin so wenn wir jetzt den stein das da rein schmeißen dort ansässer auch gut dann wird es jetzt wahrscheinlich sehr dunkel weil ich nicht bedacht habe dass wir jetzt hier ja dass wir jetzt hier richtung dunkelheit gehen so wir brauchen dann mal ein bisschen stein und wir werden dann auch mal hier so ein bisschen einfach zu mann zack 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 das ist doch vielleicht ja wir holen uns fackeln wir haben sogar ein paar fackeln hier ich meine wir müssen sie ja sowieso immer wieder abbauen genau da ist ein zehn stück wir müssen auch noch irgendwo drin sein tuch die wollten wir nicht ansammeln so was haben wir noch fackeln irgendwo fackeln nee keine fackeln mehr ok aber dann können wir eventuell mal hier die die sachen noch reinschweißen zack so guck mal hier kann man ein paar scheren draus sortieren doch das kann so weiter passieren perfekt super fackeln haben wir da dann können wir nochmal zurück und zwar wollen wir die richtung perfekt 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 gut dann werden wir auch in der nächsten folge nachdem wir jetzt alles weggeschmissen haben einmal den den gang hier zu bauen und das machen wir auch nicht so witzig dann lass doch eine positive bewertete oder abo und bis zur nächsten folge tschau leute